Da sind wir wieder, würde ich sagen, ne? Ja, ätzend sowas. Alles komplett abgeschmiert, echt. Also, reu dich, reu dich, reu dich. Aber ihr seid noch im Match drin? Ja. Guck ich euch mal zu. Oh, nice. Ja, guck ich euch doch mal zu, ne? Kurz Check-up machen. Boah, der Finn, alter, wie er abgeht. Baumeister Pro. Oh nein, dieses Kamiami halt, scheiße. Ja, okay. Denker, wo fliege ich denn hin? Denker, was? Was der kann, kann ich auch, ey. Wo bin ich denn, Hilfe? Ja, ich bin ja in drei Minuten so wieder da, ne? Hä? Bei mir ist der Stream einfach grau. Könnt ihr mal übers Handy gucken, wie der Stream bei euch aussieht? Was ist das? Badad? Miss one shot. Ich glaube, irgendwas ist hier nicht so, wie es gerade sollte, eigentlich. Habt ihr die Raketen? Ich brauche die Paraköle. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, hier zuerstück. Das sind wir wieder. Sorry für die Unterbrechung. Was hat denn die denn für geile Waffen, Alter? Was? Was? Mir wird angezeigt nur Zuschauer und halt so Bild mit Cam. Ja, aktualisieren. Musst du aktualisieren. Jetzt müsste es wieder gut sein. Benni. Bei mir hat es jetzt auch geklappt. So, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Wir hatten leider gerade ein paar Online-Probleme. Internet war weg. Das scheiß dich. Jetzt sind wir wieder on point, sind wir wieder am Start. 50. Craig, mein Spiel. Fünf zu weit nochmal. Craig. Hast du gehört, Benny? Musst du neu starten. Das glaube ich. Weil ich gucke mal rein. Boah, die Zone kommt neue. Ja. Bei neuen Laden sollte es eigentlich gehen. Achso, jetzt ist es weitergelaufen. Ja, alles klar. Ähm, ja. Ich hatte irgendwie Internetprobleme gerade eben. Bei mir ist gerade eben alles ausgelöst. Kommt der, kommt der, kommt der. Warte, komm her. Ah. Aber wenn dann alles klappt, ist es ja umso besser. Sehr schön, sehr schön. Wie fühlt sich weit? Benni, wenn du Bock hast, kannst du auf meinen neuen Discord-Server kommen. Oder auch im Allgemeinen. Mein neue Discord-Server ist verlinkt auf meinem Profil. Da könnt ihr gerne beitreten. Spackos, Alter. Da verpissen die sich einfach. Weil ich spinne. Ich bin mir von hinten und wird noch geschossen. Ich seh dich, komm her. okay alles klar ja wusste ich jetzt gar nicht genau ich wurde auf jeden fall von hinten dermaßen angehittet das war nicht mehr ab normal wo sind die sie läuft an der weekend flieg spielst du auf dem pc wird der redemption 2 noch mal heilung als ob der bernie auf dem pc zu dass ich weiß gott nicht auch immer zusammen das war nicht mehr lustig jetzt ich finde es auch einer das ist es kommt auch einer der weiners ohne händler muss man Thüringen ja die schmecken mir am besten aber der aber am hau hallo du musst du können eine immer weniger Schnappsaugen, du Lackapfel. Ach, da oben, boah, aha. Was wird denn da gebaut da oben? Wo? Das unterbinden wir gleich, Alter. Das unterbinden wir gleich mal, du Hund. Der war aber. Und dahinten ist dann auch noch welche. Jawoll, und? Okay, der eine hat einen Hammer. Zack, zack. 500 Schaden, Alter. Hehehehe. Gestern Abend bei deiner Mutter habe ich ihn aufgemacht, Alter. Ist der doof, Digga. Ich frage mich, ob man das hört. Der Lixer, der kommt rein. Der Lixer. Irgendwann kriege ich auch so einen Button-Läuter. Ich sag's euch. Muss sein. Thüringer Klöscher, der Lixer. Ja, nice. Wo ist der letzte? Der ist hier irgendwo im Haus. Bei dir. Was nehm ich denn noch? Was nehm ich denn noch? Was nehm ich denn noch? Jaaaaah. Oh Gott, Alter. Hier gibt's doch auch Krankenscheiß. Oh hell no. So, 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 so. Lobby, lay, 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 go. Ja, Wunder wäre ich noch dabei, dann wäre ich weg. Irgendwie epischen geholt? Ja. Ja. Wie, du bist weg dann, Finn? Was soll das? Was? Ich spiel den Kapp, hab ich doch gesagt. Ey, ey, ey. So nicht. Was spielst du? Kapp? Nein. In Kapp. Der ist. RAP! TAP! TAP! Jeden soll das. Okay, okay, okay. Aber dann machen wir ohne bauen, ne? Ist mega geil. Ja, ja, dann machen wir ohne. Komm, einmal ohne bauen. Und, äh, finden, dann müssen wir mal... Äh, Tissen, hast du eigentlich hier Football Manager? Football Manager? Mh, ne, ne. Weiß ich nicht. Wie weißt du nicht? Ich muss doch wissen, ob du das Spiel hast oder nicht? Guck mal. Das ist, wie wenn nicht jemand fragt, hast du eine Frau? Weiß ich nicht. Ist echt so? Ich weiß nicht. Sie hat Brüste aber unten luchten. Keine Ahnung, Alter. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ist immer dunkel. Ha, 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 ha. Ich muss immer das Licht ausmachen bei dem Gesicht was die hat. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ich bin bereit das handy gibt es auch auch nur freilich brauche ich und das habe ich so gut ich wusste ich gar nicht es ist wieder tissen mit seiner freiheit also was sie alles gibt ne ich bin immer noch hier am gucken tissen und finn nach diesen buttons immer noch bist du süchtig du hast mich süchtig gemacht du hast dich selber süchtig gemacht ich finde dich total geil ja oh shit here we go again markieren wir was ordentliches glaub sie ok 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 es geht sofort ab hier ha 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 guck mal ist doch was ordentliches oder kann man mit leben sagt aber das sind verkehr ich brauche wieder 100 jahren zu landen ja 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 komm herr landradi echt oh 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 eine kiste habt ihr das gesehen leute er ist der kill leute aber ich muss schießen du jetzt auf mich nimmt eure kills hier habibus und stress kommen wir hier ich kann euch medik geben also hier dieses blue live ich bin der kinder hier hier gibt es blauen blauen saft gibt es blauen saft blauen saft blauen saft ich habe nur den 22 für zeit dass den 23 geholt ich habe nicht mal die beiden ich habe den 22 den 21 20 und habe mich ein davon spielt sehr traurig ich habe die geld dafür bezahlt ich habe die alle über epic gratis dann wird zeit dass du dir diesen teil kaufst dafür spiele ich zu wenig am pc du wirst mit finden wir spielen demnächst wir suchen noch welche für unsere liga gehört du gibst aus richtige arschbulette wenn dann richtig richtig können sagst du und so ich bin aber man hallo ja was so nicht da ist eine goldene pump drin springen hier so rum schwere schrotklinter lauf besser wie grüner grau ist die beste waffe grau ist besser wie gold glauben wir verfolgen auch unbedingt unbedingt grau grün blau sila gold hat noch ein noob er ist in ordnung kevin alle haben klein angefangen das geht doch nicht sogar diese kuschinski friede ich habe bock auf nur dmr das ist was mit dir los bist du eingefroren oder wer soll ich dich tragen angerosset nicht so viel pornos gucken am pc und du nicht an die eier spielen immer dass die jugend von heute denken immer nur als wixen der fini der fini der hat einen kleinen pibi ja jetzt jetzt kommen die fünf minuten mein zweites monster und es geht los sind es nur fünf minuten dann bin ich ja zufrieden was musst du wenn es nur fünf minuten sind bin ich zufrieden aber das sind manchmal schon eine halbe stunde also meine freundin hält es manchmal gar nicht aus mit mir kann mir vorstellen es liegen mittlerweile 20 zentimeter schnee hat benny geschrieben krass hat er seinen penis da reingehalten und hat gemessen ja der musste 19 zentimeter hinzu messen du bist du jetzt hör doch mal auf so was von schlecht nur scheiße wieder ne keine art hier brauchen von auf jeden fall brauchen wir einen epischen jetzt hier ne schon wieder na wenn du das heißt the last moment from finn stimmst du gleich denn zocken schickte die flüster klopapier mit nutella mit kakao-pulver was machst du gleich finden sind jetzt schon wieder los ich bin kap ist ein solo-tonier nee du mit dem zockst du ein kumpel oder hier ja woher ich es der gegner bei mir kann ich die selbe sehen guter und gegner bei dir ich komme wissen hast du mw oder so ja geil das neue noch vor ja daneben geschossen würde ich sagen du ist echt so volle lotto sogar ich glaube die sind hochgedüst pass auf tissen hinter dir ich glaube die kommen gleich mit dem fahrzeug wieder ja von hinten aber ein hat mich auch ich bin hier in einem haus und das krägte richtig nicht nur ist noch da ist noch da das ist noch nicht vorbei das ist ein bot bin doch schon damit spüren sie sich jetzt wissen was ist meine herren alter mann ist doch nicht doch nicht ich will die gehen auf dem balkon sozusagen ein bisschen ja ich wollte mal gucken was hier so für gewürze angebaut werden von der kommt er kommt hier mit einem golfschläger hatten ist ja ganz hart warte mal hier kommen kommt mal das geht doch das ist ja das ist ja wo häng ich denn hier fest links noch oh mein gott wo denn ich blende wo denn ich bin über links können links richtigen schein und steht hier ich habe man hört kein aber 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 nicht ich guck mal kurz ich habe ihn gedildet man hört kein ich verstehe nicht warum man auch schon wieder kein ton hört also echt also fack auf dem labs echt ob es besser war da hinten ist kriegt man schon ich muss mir das heilen so eine scheiße und spiel und los geht's kommen auf geht's mehr als wo hast du die oben auf der burg oder was war jetzt jetzt so wieder da hat der finn rock einfach alles alleine direkt für mich hat eine maschine der frisch zu führen rinder jetzt wird man jetzt kann ich auch wieder leise machen der finn hat rum in dem arsch bis zu der zocken vorken was anderes zockt der gar nicht im ohr mehr schiefe gar nichts aber aber hier ultimator dicks dann war wie lange zockt und schule 32 schlecht aber eine pause gemacht ja das geht wahrscheinlich von an ich habe dann auch drei jahre pause gemacht heute geht's wo sind denn die kameraden hier die kleinen sind alle da unten er hätte macht noch diesen songgoku move ich will den auch die sie auch scheiße ich bin sogar runtergefallen runtergerollt er zerstört einfach alles da hier hinten ne ok sind alle vor mir ha 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 zwei Stück habe ich genug hihihi hehehe jawohl Hehehe Let's go Wird das hier jetzt so epic? Was ist denn los hier ey? Das ist ja richtig hardy 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 mal 30 kill was wie viel das gemacht wie insgesamt 35 ich habe auch drei kitts ist gemacht die lobby weil der finie der haut jetzt ab wie spaß euch noch alles klar wenn wir uns morgen kommen wir warten auf die eierkopf jetzt muss ich hier natürlich richtig on fire auf die auf die titel mittels ja sicher robin hier immer und feuer kann man mehr als mit 4 kreativ modus aber das willst du nicht was denn mit mehreren leuten spielen so noch mal doch gerade man ja eben das meine ich ja damit zum beispiel was sie alles gibt nur für diesen tonalarm ding an so krass meine ohren ich gebe schon wie weit hast du es geschafft oder will die eigenen pillo gezogen hat der röbi halten da steckt wieder mit der nase ganz tief irgendwo drin sein doch gegönnt der jan der jan ist der arschkirche dem ruche zwei möglichen den jahren ist kein tod wie mehr auch schon geschrieben dass der man trotter so viel lack hat ja dafür kriegt er keinen belling haben ganz einfach da gehört uns beiden ich schreibe ihr liebes ea-team bitte geben sie puyol95 keinen belling her der ist am rauchen man ist am rauchen richtig so ist der streik drücken von mir robin auf wohin rüber ich höre dich doppelte sind jetzt hier auf der playstation ford und nebenbei auf dem pc noch minecraft oder was da haben wir nicht auf dem server ja du bist ja wie eine frau du bist ja wie heißt das ähm multitasking genau ich muss wie kann ich das machen maxi sehe uns bei uns bei auch minecraft kopf am arschlecken wie die so viereckigen scheißdingern der erinnere ich uns aber morgen in rdr 2 seit wann spielst du redhead redemption ich habe ihn wieder dazu gebracht ich habe mir die spezialistischen morgen gekauft habe es gezockt dann hat ich keinen bock mehr zwei stunde bei ihm cool ist er zockt und jetzt hat man zu sagen wir zocken ja eigentlich fast alles zusammen also ich kann es auf jeden fall toppen ich habe das gekauft die 100 euro edition habe zwei minuten spielten bock mehr aber da bist du richtig geile spiel ja ich weiß nicht wie viele hunderte stunden ich in dieses spiel geballert habe ich weiß noch damals ich wäre der 2 dann immer 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 kein gesorgt kopf spielt er zwei spiel ich freue mich ich freue mich ich würde mich freuen wenn es da noch ein dreier teil gibt oder so ja das dauert noch erst kommt gta 6 ist auch so erst kommt das neue gta und dann das verschieben sind erst noch mal sieben mal dann schon lebt er bloß nicht ich habe schon genug hat das ist schon es gar nicht aber egal wenn das da hat das gesucht wird muss ich oder erinnere mich mal noch dran oder ob da zu nehmen hat und kommt dann kommt das das sollte es normalerweise kommen jetzt haben sie es eine woche zwei wochen nach hinten geschoben also der zeitraum an sagen können liegt ist das geschäft also der geschäftsmonat märz und ich habe schon wieder gegner mann ich habe nichts anderes ich habe nichts anderes noch was für fernkampf aber hier im haus zum beispiel ist einer bei mir die waffen steckst du Alter, ey, Minus 5 Millionen, ehrlich. Schlecht. Da hinten sind auch noch Gegner, aber die... Da drin ist noch einer, hier. Ey, du... Oha. Oh yeah. Hast du gekillt, hier die? Ja, ne? Ja, ja, die ist tot. Ich kenne dir was noch vor, ob ich so eine Karte holen. Ja. Da hinten sind auf jeden Fall noch welche. Ja. Auf jeden Fall coolere Waffen wären ganz nice. Ich muss mir jetzt erstmal hier blue life bin, sonst geht hier gar nichts mehr. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ach, der Matos hat auch nichts. Ah, okay. Doch, doch, ich hab schon, ich hab schon, ich hab auch noch zweites Blessisch, wenn ihr braucht. So. Ja, gehen wir mal über die Brücke, oder? Ich mach jetzt noch einen Slap-Truck, da kannst du dich komplett voll machen. Auch hier, ne? Ja. Ja. Schau dir mal kaputt, Junge! Ich reise durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Nach Kai, im Pro Club, keine Ahnung. Fuck man! Ja, dieses Spiel gibt nur Muckscheiße, das ist ja ganz wie die Belohnung, so Schrott. Richtig Schrott. Muss man da vielleicht mal sagen. Matze, ich komm mal. Matze, mach mal ein bisschen mal früh on. Was? Wann du morgen früh online bist. Ich muss erst mal arbeiten. Er schreibt, er fragt ihn jetzt, wann er morgen früh online bist. Du hast ja auch nicht mehr alle am Zaun, oder? Du zockst auch gerade mit dem. Das ist so, als... Du hast auch nicht mehr alle Latten, alle Kronen, ey. Ey, du zockst ja so wenig. Ich? Ey, du sagst ja nicht, weil du bist ja nur auf PC immer. Ja, aktuell machen wir das einfach ein bisschen mehr Spaß. Soll ich machen da. Hat jemand Pumpp-Mummi irgendwie ein bisschen? Kann er bisschen abgeben. Ich hab 32. Ich hab sie mehr Schuss. Der hält es Kondition bei Eliminierungen mit gewöhnlichen und gewöhnlichen Waffen. Oh, jetzt. Oh, jetzt muss ich mit grünen Waffen spielen. Dankeschön. Bitte. Bitte schön. Danke. 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 Ich hab nur grüne Waffen. Das ist schon wieder ein bisschen belastend. Die könnte ich gebrauchen. Hast du nur blaue, oder? Nee. Ich hab einen Perk, wo ich nur mit grauen und grünen Waffen mehr Schaden mache. Da hinten jumpt einer. Eins, zwei, drei. Ganz viele. Ja, wow. Ich schieße 50 Mal auf den und treffe den nur einmal. Haha, und ich mach den Final. Haha, ich schieße nicht den Bot anschießen. Ich will nicht sagen, aber der war richtig nice, boys. Das hat er sich die Kunde aufhören. Oh, nee, das war Batman. Haha. Das hat weniger Monster trinken, glaube ich würde. Nein. Man bleibt so langsam in diesem Spiel. Weniger Monster trinken. Da unten rennt ein ganzes Team. Hier, wenn jemand noch will. Hier, bitteschön. Warte. Nein, halt, ich bin hier. Und kommen die neuen Aufträge. Weiß nicht jemand? Kein Mensch, so ein Müll hier. Ich reise durch das ganze Land. Ich suche weit und breit. Ich will der allerbeste sein. Ich will der allerbeste sein. Jetzt habe ich Ohrwurm gemacht, ne? Ja, das ist immer so ein typischer Ohrwurm. Ich hasse das voll eigentlich. Dazu sage ich schon nochmal dabei. Wir essen Nutella mit Magie. Ach, das ist äterhaft. Ist so Dachalte. Und das Toilettenpapier. Finde ich auch ein bisschen, ein bisschen Fouy, ne? Der Fini, Alter. Der frisst Toilettenpapier mit Nutella in der Ekelhafte. Hat er vorhin gesagt. Ja, nice. I'm a raining man. Wir möchten seine Lassaturen lauter gerade. Das hier? Bist du vom Tissen? Ja, Eltertissen. Das ist meine, ja. Der ist an Minecraft suchten. Ne, die bauen da, ähm... Das ist am Faune Stadion. Und, kommt nur gut voran? Was? Ja, guck mal. Guck mal, bei Discord da sind schon ein paar Bilder. Ah, Matze. Zum Thema Stadion. Ich hab' kein Schraubenfragen. Ich hab' seit drei Jahren eine Map in Minecraft, wo ich das BVB-Stadion noch nie fertig gebaut hab. Ja, dann auf geht's. BVB ist ja auch nicht cool. 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 Mhm. Das war das letzte Mal, dass ich mit euch gezockt hab' hier BVB. Es gibt nur eine einzige wahre Borussia Jungs, aber das ist nicht Dortmund. Mhm. Wenn du jetzt Bayern sagst, dann such ich dich auf, du. Sag mal. Dann sorge ich dafür, dass du essen kannst. Er hat ja was ganz anderes gesagt gerade. Ich sag' es gibt nur eine wahre Borussia und das ist nicht Dortmund, da kommen wir in Bayern. Das hab' ich auch gar nicht verstanden. Das hab' ich nicht gehört. Keine Ahnung. Es gibt nur die wahre Borussia aus Mönchenglad. Mhm. Mhm. Jetzt wohl jeden Sommer nicht mehr abzeit, ja gar nichts mehr, glaub ich. Ah ja, wir haben Omlen, keine Sorgen. Mhm. Wie heißt der? Bin immer gespannt. Omlen, Jonas Omlen. Wo kommt der her? Ich mach' mir heute Abend auch ein Omlen. Monzi Pilias. Hat er gespielt, ist ein Schweizer. Ja. Also direkt einen neuen Schweizer am Start. Naja. Ibratimo. Schnappe. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Das Geld ist, das Geld ist Verschwendung gewesen für Omlen. Ibratimo wünscht auch ein 90er Bau, ja? Oder was hat die 90 so bedeuten? Bist du etwa auch 33 wie ich? Altersack. Echt so. Old but gold. Wir sind halt von den alten Leuten. Ja, echt ey. Obwohl du bist älter. Aber ich glaub' nur ein Jahr oder so, ne? Äh, ich werde jetzt dieser 32. Ja ne, Vorsicht, hinterm Baum. Nur. Ja, das geht gut, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Tissen. Jo, bin 32. Schöne... Hast du gehört, Tissen? Soll dir schöne Grüße bestellen von Ibratimovic 90. Jo, Timo, Digga! Was geht? Ich hab' doch hier irgendeinen getötet. Ich hab' wieder Aim des Todes. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist, Ibratimovic. Auf jeden Fall coole Kombi. Einen Muni mehr, Mann. Ey, Timo, was wird eigentlich aus dir? Dann sehen wir dich bei uns. Bei uns? Bei, äh, St. Pauli oder was? Ja, St. Pauli. Wir brauchen Leute, Timo! Komm rando! Doch, gut, da kommt. Ja. Beziehungsweise. Es passt. Was? St. Pauli. Juhu. Nicht schlecht. So, Alter. Sonntag wird ein hartes Programm, Digga. Bist du da keinen? Ja, ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde. Aber ich bin im Moment ein bisschen bad. Ich sag' echt so, wie es ist. Also... Ein bisschen, äh... Nicht so motiviert, oder was? Ja, das andere. Andere Gründe. Da wird jemand mal gestartet. Da wird jemand mal gestartet. Wir, nein. Ich, nein. Boah, da hinten, hier. Alles voller Gegner. Alles drei. Alle drei zusammen. Lass ganz nach oben gehen, dann sehen wir die vielleicht. Jo. Wie wurde es gerade aufgenommen? Dann musst du ja mit mir kommunizieren, dass der ja Sex... Mich hat keiner gefragt. Jawoll. Ehrlich cool. Ja, dann hätte ich einen Glückwunsch, ne? Ibra Timović, dann herzlich willkommen bei uns. Kannst du ja demnächst erstmal in den nächsten Sessions hier mitmachen. Erstmal vorstellen und so. Sag' mal für Sonntag spielbereit machen. Das ist so. Boah. Ben. Ich hab noch gar nichts gelesen. Du? Jetzt gerade hab ich das gelesen. Äh, Discord oder was? Oder? Ja. Wo kommt der Timo her? Wo hat der vorgespielt? Ah! Zwei! Oh! Digga, wo? Drei Stück bei mir. Drei Stück bei mir. Hier. Ach, da ist noch einer. Er hat doch schon mittrainiert. Wann hat er denn mittrainiert? Ja, der hat schon damals trainiert. Ach so. Warte, klein. Da war ich nicht da. Ich komme aus dem Nichts. Gerni, schaffst du den? Ich muss erstmal heilen. Aber da bin ich ja mal gespannt. Aber mit der ID spielst du wahrscheinlich Stürmer, oder? Alter, du Huren! BOOM ENSTANT! BOOM ENSTANT! BOOM ENSTANT! Stop! Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie. Dankscheeieieieie! Kann ich sie ja hören? flügel wird glaube gebraucht ja und herzlich willkommen keule schönes labes hier siehst du schon mal eine fresse mit der nämlich selbst zusammenspielen moment ich mal bei mir bitte schönen abend ja auch noch timo wir hören uns sehen uns muss gut mal liebe da aber ich will auch dieses so gut er macht einfach den baum weg aber was bringt das das versteht das gar nicht ach du musst keinen treffen dafür sondern einfach das in die luft machen oder was ich will nicht sagen aber deine waffe ist ja richtig krass gewesen hat ich will auch diese waffe das kann doch nur einer sein vielen dank timo vielen dank timo nimm dir die zwei blauen waffen ich hab militär ausrüstet komm wir pack das deine ist noch gewesen schade blüder hat schnitt oder oder von den stadt da dies schreien finde ich auch ganz geil dass er dabei so schreit und so machen wir diesen bestemmer schöne grüße drüben mache ich die tagegeule da kann er jetzt darüber kommen ja auch robin und du bock hast ja ich muss jetzt erst mal das mag er zwar nicht aber ich brauche ich rufe ich frage ihn ganz freundlich hallo möchtest du fort mit uns darüber ist ja immer so schwer zu erreichen ist der wahnsinn doch ist man sich manchmal ein handy ja manche leute fragt man sich wirklich für die ein handy aber immerhin antwortet rüber innerhalb von zehn stunden dazu die anderen 48 ich weiß gar nicht wenn du meinst bei diesen 72 stunden die hat eigentlich leipzig gegen bayern gespielt klar bayern hat man auch so gar nicht gucken warte doch glaub schon irgendwas war da mit dir liegt 1 1 1 1 1 und das gegen leipzig ich glaube ich mache aber auch nur noch ein oder zwei runden hier dann brauche ich ja ich glaube ich glaube ich spiel ein bisschen hier total wo ich habe probiert wo ist von klub herr Oh yeah! D-d-d-d-d-d-d Mach, ich bring noch mehr Season-Aufgaben raus! Ich brauch XP! Ja, was kann ich denn dafür? Die Messehlebe sind 160, naja. Gut. Und dann kommt ein Gera in den 18 Tagen. Oh. ich weiß warum davis heute keinen guten auftritt für bayern gemacht hat warum der ist mein kopf woanders sein hat das einer komischen freundin oder war ich sag euch der wird nach real madrid gehen für 150 millionen oder so ich sag muss sein durchbruch hat er gehabt für mich in topform der beste linke verteidiger der welt von daher von mir aus kann er reagieren darmbruch hat er vielleicht gehabt was ist denn jetzt mit rüben geschrieben habe ich nun was er weiß ich nicht aber geantwortet hat bei man es sind doch noch alle zwei stunden und er hat noch nicht geantwortet der ist schon da aber der antwortet nicht das ist noch eine runde machen der wahrscheinlich eine wike entlegt aber ich kann dir ganz genau sagen wir sehen raus locken da beleidige ich mich zwar selber damit aber der ort mond ist scheiße lalalala das wäre wirklich lustig jetzt als prinzip das lässt er nicht über sich geht es ganz schön das stimmt das wird schreibt wahrscheinlich halt dein maul du spaßst ja privat sogar das ist jemand müde ja ich gerade habe ich echt so einen kleinen downy okay habe ich auch wo ich zurückgelegt hat er zwei durch und dann wird die ganze nacht durchgesuchtet machst du dann power nap zwischendurch ich mache jetzt das habe ich dann mal drei stunden zwei drei stunden und dann mache ich noch mal mittags schlecht ja das habe ich ein bisschen noch geworfen obwohl bei mir dauert er lang und zu laden ich hab mal RDR 2 ich weiß nicht mehr, wollen wir hier hin? Ach komm, wir gehen da Oh man! oder ich guck noch auf dem fernseher auch noch ins film gleich ja gut dann spielen wir jetzt noch eine runde fortneuten dann gehe ich noch ein bisschen morrow fans zoggen doch modi modi wofi also total war würde ich mehr feiern ja kommt vielleicht auch noch ein stück ja ich habe extra die spielen ja alle aktuell den warhammer teil finde ich auch geil aber ich feiere halt dieses free kingdoms im alten china richtig geil also was ich mich jetzt freue im märz kommt auch ich liebe strategie spiele aber das ist mir zu wer schießt mir schon wieder stimmt der gegner der gruppe beitreten wo ich gerade sage ich gehe jetzt gleich im w zocken ich habe diese maschinenpistole ist einfach die stärkste die es gibt alter wahnsinn was hast du denn für eine waffe und diese maschinenpistole in grau aber die schießt so schnell das ist abnormal wenn du die ein gold hast wie eben ich die hatte boah und dann kann man doch gar keine chance wo das ist endlich richtig eine farma ist hier ist wieder dieses gesicht ne wie schießt diese schnell tot ich wollte ihn auch können diese schnell machen wie du schnell machen boom und schnell machen tot ich habe auch voll den ohrwurm ohne witz ich habe es gerade auch echt im ohr gehabt aber wenn ihr wollt der kann mit euch auch noch weiter der bestimmt bock überall diese pünne das schlimmer wie hemorrhoiden am arsch das war jetzt deine aussage gewehrrecycling oh ja baby manchmal frage ich mich was würde was denkt meine oma über mich bist ja das frage ich mich manchmal auch wenn sie mich so hört ja hier ist eine zaubertruhe das finde ich schön danke das ist mein name das ist mein name er wusste der ist doch hier irgendwo erst mal richtig ein rein haben wir gut gemacht ja ich bin so stolz auf dich kai und ich auf dich mein freund das sage ich zu bezweifeln aber gut mal mehr mal weniger schleim schleim weiter wenn ihr habt auch krieg wenn ihr willkommen ist aber schon 1000 meter vorbei immer diese vorläufer richtig aber wenn ihr rasiert richtig da vorne so wie es aussieht ich bin ein fisch ja hab zwei easy und der dritte ich glaube ich werde hier drin er war eben noch ein dritter wo ist dieser kleine ich habe leider keinen schlüssel ich hätte so gerne einen schlüssel aber ich habe gar nicht weg sein er ist hier unten am hügel und unter dir unter dir ja habe ich mir verdient komm hab ihn gesehen und getötet alles gut alles gut ich bin nicht aggressiv Penny sag mir nicht das ist alles gut Junge alles gut alles gut bin ich aggressiv nun manchmal sag mir dass du eine chillige mutter haus ohne zu sagen dass du eine chillige mutter haus machen wir gleich eine rauchung hat an der falsche gewohlen böse 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 so little bit ach du scheiße wort hast du denn hast du gerade geschossen oder wie oder wird er auf eine dmr nichts am start hier mein Handladen bei dem kopf nimmst was ist dieses zeug also das erschreckt mich immer so übel sind die gegner hier kann ich mitnehmen danke zone kommt hier vorne landet so ein lieferungstyp wieder zum gesicht rechts nach oben ist eine uhr bei alleine oder eine gonnepam ist cremisch können wir geschossen von dahinten adler vorsicht dazu langen der luftstich habe ich direkt gefickt wo wir von der stadt beschossen ist er noch längst der tipp oder hat er den tippe ich habe ich habe da 100er und einmal 50 abgezogen die frage ich sagen kann es geht nicht so weit schmuch alt amore attacke musst du näher hin attacke kommt erwarte schon dass die 300 meter reichweiter hat eigentlich schon egal gehen wir vor oder machen wir das weiß ich nicht mit seinem scheiß adler geschmarrig der ist halt schon ok alter da hinten in welchen hier in der stadt müssen da hinten da ich habe ich gesehen die richtung die zone kommt mhm uuuuupaa uubidi buuu da buuuu schigidi boing 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 let's go matze go 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 matze ohne glatze oh geil ja i seh nix gib gas du scheiß kriegst auto im hab drive um your life oh kaku mach mal auto ja ich brauche ein neues komm noch mal schneller jetzt da am baum kann nicht sein ehrlicher hier hinten sind auch welche vorsicht ja ja alles gut alles gut lass die mal in ruhe kämpfen hast du alles wenn ja ja außer minis ach da höre ich schon wieder einer mit dem hammer rumhipser auf uns wird geschossen die kommen von hinten jungs ja so alles hier reitet irgendwo jemand auf das kauf alter gerade doch so ein scheiß schwein oh man ich hab's auch wegen munition ich auch sind die boys hin vor mir viele hab ihn hab ihn so schuldig Achtung der ist direkt warte 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 hab ihn sauber da ist noch einer nein das ist ein bot nicht schießen nicht schießen er hat nicht geschossen ich hab mich geschossen ihn hat er angeheuert ja hm 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 Schade Wort helft mir mal ему ich bezahle dich auch bei mir verdienst du mehr bei mir verdienst du mehr komm doch her du bist dir ruhl ja ich hab nichts gesagt du bist ja leif es vergesse ich bin doch ich bin doch schon tot man hört doch mal auf jetzt da hinten kommen bitte entspannen sie jetzt wenn du schaffst es go benny go lass sie kämpfen ist das letzte team wenn ich schaff das und links war auch noch einer ja ich hab's gesehen da ist jemand mit dem hammer die sind genau da oben und dann lass mich sein der wodka ist freundlich doch du bist gemein aber wenn die trifft haut die ganz schön rein die da kommt schon ja das kommt drauf an körperteile 45 und wenn du kopf glaube ich 60 und dann noch mal kürzlos jungen bischen so wenig ich dachte mehr mit der idee Prozent sein ja eine gute Idee er kommt dort drin in den hübsch ganz klar und von einer und einer hohe an Der Wolf riecht dich. Der Wolf riecht dich jetzt. Der kommt. Der schniffelt dich. Der riecht deinen Arsch. Bist du etwa ein Eskimo? Ja. Benni ist ein Eskimo. Das nenne ich mal einen stabilen Schlafsack. Ist wirklich so. Granate wäre jetzt cool oder so. Ich glaube das war nicht schlau. Da war noch einer. Ich habe das ganze Team mitgebracht. Ich glaube aber, die hatten ja diese Fähigkeit, wo du die Leute beim Sturm schießt. Ich war nämlich gepinget. Oh. Äh naja. Egal. So zollerbar. Ach ja. So magst du dir eine gute Nacht? Eine gute Nacht, Jungs wünsche ich euch. Danke, dass ihr da wart. Boah. Wie ist es? Ich mache noch irgendwas. Ich gucke streamen, whatever. Ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen ein, zwei Röntgen Modern Warfare. Modern Warfare. Mach das. Viel Spaß. Rastet uns so viele aus? Ja, nö. Er bleibt ganz ruhig. Eigentlich nicht meine Intuition für diesen Abend noch. Äh. Halt, warte, wer hat mir geschrieben? Ach, okay. Prübe mir was nicht. Macht's gut. Schönen Abend euch noch. Schlafen gut. Jawohl, du auch. Ciao. Ciao, ciao. Ich muss erstmal auf einen Discord-Server gehen. Wo haben wir sie denn? Ist hier gar keiner drin? Ich muss mal ganz kurz gucken, wo er ist. Huch. Ja, wo ist er denn, der gute Boy? Hä? Ich muss mal ganz kurz was schauen. Seid mir bitte nicht böse. In der Zeit, äh. Moment. Wo ist denn, my friend? Hier ist Oddbeats. Moment. Bist du nicht Discord? Er riecht nicht in Discord? Discord? Wir können schon mal hier ein bisschen, äh, mache ich, äh, hier, äh, Call of Duty. Ach du Scheiße, wir sind sowas von tot. Ich gebe kurze Passwort ein. Bin ich nicht. Aktuell nicht. Wir warten auf dich. Oh, die ist genau hier vor mir. Oh, die ist genau hier vor mir. Diese Scheiße. Warte, ich kann nicht. Nein, habe ich gefinisht. Ja, das war halt einer. Da kann ich nichts machen. Jo, hi. Äh, ja, sorry. Als du eben reinkommen wolltest, das war ja meine letzte Runde. Ich wollte ein bisschen Modern Warfare zocken jetzt. MW. Ähm. Können wir ja morgen nochmal gucken dann. Wünsche ich auf jeden Fall eine gute Nacht. War jetzt irgendwie ein blöder Zeitpunkt. So. Gehen wir mal aufspielen. So. Ich gehe mal ganz kurz. Macht den Stream. No. Ich Shovelte.